Nie wieder stumpfe Bohrer. Wir zeigen euch heute eine Möglichkeit, um Metallbohrer und Steinbohrer exakt und einfach nachzuschärfen. Viel Spaß! Willkommen bei Gipfelholz, heute in Lederhosen. Wir haben heute eine Schärfvideo, eine Schärfvideo, tolles Deutsch, nein, ein Schärfvideo für euch. Heute geht es nicht um Pfostenabbohrer wie in dem vorherigen Video, das verlinken wir euch, sondern heute geht es um Metall- und Steinbohrer. Da habe ich immer das Problem gehabt, der Jens hat geschimpft, was hast du denn immer für stumpfe Bohrer? Ganz Zeit, hat er es gesagt. Ja, war ja auch so. Aber das ist, ich habe dann halt zig Bohrer gekauft und irgendwann war es immer wieder stumpf und dann bin ich auf dieses Gerät hier gestoßen, den Drill-Doktor und das ist wirklich klasse. Also wie gesagt, so einfach habe ich noch nie Bohrer schärfen müssen, obwohl ich es in der Lehre auch gelernt habe, am Schleif Bock, aber damit geht es einfach besser. Und genau um dieses Gerät geht es in diesem Video. Wir erklären euch, wie das funktioniert und zeigen euch natürlich auch die Schärfergebnisse. Fangen wir gleich mal mit dem Metallbohrer an zum Schärfen und zeigen wir euch, wie das geht. Also ihr habt hier im Endeffekt einen Bohrerhalter, den könnt ihr in der Größe verstellen. Sieht man es? Nee, nicht wirklich. Ja doch, jetzt sieht man es. Von wann bis, wie viel geht das jetzt hier? Ich kriege das halt gerne mal raus, Mensch. Ein langer Tag heute. Ja, also normal geben sie an von 3 bis 13 Millimeter, aber ich habe hier auch schon einen 15 Millimeter reinbracht. Den gibt es aber auch in größeren Größen. Dann steckt ihr hier euren Bohrer einfach rein, dreht ihn mal leicht an, dass er sich immer noch verschieben lässt. Dann habt ihr hier die Standardbohrer sind ja 118 Grad. Dann geht sie mit dieser Führung hier auf 118 in die Mitte. Sieht man das? Ja. Dann drückt ihr hier die Klammer auf, brecht euren Bohrer vorne an den Anschlag hin, lasst die Klammer los, tariert sie so aus und zieht sie an. Jetzt habt ihr euren Bohrer perfekt eingespannt, damit er geschleift werden kann. Geschliffen. Geschliffen, ja. Zum Schleifen dann später, wir zeigen das euch später noch im Detail, habt ihr hier eine Marke und dann dreht ihr einfach immer rum. Ihr seht es, das geht auch leicht hoch. Es bewegt sich so langsam immer nach hinten, dreh nochmal langsam, dann sieht man, dass es hoch geht. Und so kommt dann der Winkel zustande, genau. Wir können dann nachher noch später reinschauen, aber ich zeige euch jetzt das Schärfen, also ihr schaltet es ein. Dann können wir uns einen Bohrer anschauen, der ist jetzt schon gut geschliffen. Es kann aber auch sein, dass ihr den wiederholen müsst, einfach. Also umso breiter oder umso größer der Bohrer, umso öfters müsst ihr es machen. Umso kleiner der Bohrer, umso weniger oft. Gut, und dann wäre jetzt der Bohrer eigentlich schon scharf und wieder einsatzbereit. Ja, schauen wir mal. Ich könnte ihn jetzt scharf, ob der richtig scharf ist. Oh ja, der ist richtig scharf. Ich kann auch im Metall mal schnell reinbohren. Ja komm, zeig doch mal, ob der jetzt richtig scharf ist. Zeig mal. Jawohl, also man sieht es schon an den Spänen. Lange Späne. Lange Späne, die kommen richtig schön raus. Das ist scharf, das Ding. Perfekt. Jetzt zeigen wir euch mal, man kann in den Drill-Doktor nicht reinschauen. Wenn ich jetzt oben drehe, dann seht ihr was für eine Bewegung der Bohrer macht. Und das ist eigentlich genau diese Bewegung, wo man auch an einem Schleifbock per Hand machen kann. Ich hoffe, man sieht gut auf der Kamera, wie sich der Bohrer bewegt. Ja. Und dadurch kriegt ihr einfach diesen exakten Stiff an den Bohrer hin. Sieht man. Jawohl. Passt. Ihr könnt mit dem Bohrerschärfgerät auch einen Split-Point, ich glaube auf Deutsch heißt das Kreuzschliff, an den Bohrer anbringen. Das macht ihr hier, da habt ihr hier diese weiße Markierung und die müsst mit dieser Markierung übereinstimmen. Und dann könnt ihr hier so rein drücken. Hier habt ihr auch noch eine Führung, dann umdrehen auch. Das mache ich jetzt mal. Und dann sieht man jetzt hier zum... Watt, watt, watt. So. Hier sieht man jetzt diesen Split... Ja, das kann man sehr schlecht erkennen drauf. Den Slip-Point, also oben sieht man es, dass einfach die Phase hinterschliffen ist. Genau. Und dadurch ist der Bohrer, manche sagen, ist nicht einmal ein Körner notwendig und er geht halt leichter einfach ins Metall rein. Jetzt habe ich nochmal hier eine Großaufnahme, hier den Split-Point nennt man das, so steht es in der Anleitung drin. Dann seht ihr hier diese Phase hier, jetzt auch genau, so sieht man es ganz genau. Den könnt ihr auch noch mit reinschleifen. Man kann aber auch Bohrer in anderen Winkel schleifen. Das ist zwar keine komplett rasterlose Einstellung, aber ihr habt es hier, also praktisch das ist die Führung. In der Mitte ist es, wenn Sie sehen, ist es 118. Und jetzt habt ihr hier auch noch eine Anzeige. Ihr könnt den dann praktisch immer um einen Raster weiterschieben. Das sind dann jeweils 10 Grad Plus und 10 Grad Minus. 10 Grad Minus, den Bohrer wieder einfach damit ausrichten, dann könnt ihr auch andere Winkel schleifen. Jawohl. Bei kleinen Bohrern müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt hier seht, der ist jetzt nicht in der Mitte zentriert gespannt. Also da sind die, die Greifarme sind ein bisschen versetzt. Da müsst ihr dann oft korrigieren, dass ihr nochmal aufmacht und nochmal neu einspannst. Jetzt habt ihr gesehen, Metallbohrer geht ziemlich einfach. Steinbohrer geht auch einfach. Dazu spannt ihr auch wieder den Bohrer rein. Dass er leicht beweglich ist. Ausgerichtet wird er jetzt, ist er total falsch. Ihr seht ihr hier und hier eine Marke. Zu denen muss er parallel, oder in einer Flucht eher gesagt, nicht parallel stehen. So passt das. Und dann stellt ihr hier nur die Tiefe ein. Festspannen. Kontrollieren. Ja, passt so. Und dann habt ihr hier wieder die weiße Marke und hier oben. Dann drückt ihr ihn einmal nur gerade runter, nicht mehr drehen. Raus nehmen. Zur weißen Marke runter drücken. Fertig. Und das war's schon. Ohr, ist er scharf. So, warte. Schauen wir mal. Ist er wirklich scharf? Ja, der ist schön. Wow. Okay. Kann man schlecht erkennen. Aber innerhalb von ein paar Sekunden ist das Ding wieder nachgeschärbt. Super. Das war jetzt ein kurzes Video mal wieder. Aber trotzdem, sage ich mal, dieser Drill-Doktor, ich habe ihn unwahrscheinlich gern. Ihr findet es im Internet bestimmt auch günstigere Bohrerscharfgeräte. Wir stellen, glaube ich, vielleicht auch noch eins vor. Wissen wir jetzt noch nicht ganz genau. Aber der ist wirklich eine Qualität. Kostet ein bisschen mehr. Aber das Einstellen geht wirklich super. Und die Bohrer sind in 0,0x wieder scharf. Preis-Leistung ist wirklich in Ordnung. Wenn man jetzt nicht nur die allerbilligsten Bohrer vielleicht daheim hat. Ja, wie gesagt, aber selbst da wird es sich irgendwann lohnen. Der, der viel mit Metall arbeitet, der kennt es, dass stumpfe Bohrer ist. Und es geht wirklich super. Also klare Kaufempfehlung. Wir verlinken euch unten, wie auch die größeren Varianten. Verlinken wir euch unten. Schaut es euch einfach mal an. Und sonst war es das jetzt eigentlich von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Können Sie uns noch Abos da lassen. Und mich würde interessieren, Thomas. Wie schärft ihr eure Bohrer daheim? Schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare. Genau, das ist ganz wichtig. Schreibt es mal rein. Aber wie gesagt, ich gebe ihn nie wieder her. Das ist absolut. Und der Jens kann nicht mehr schimpfen. Du hast ja schimpft, Bohrer. Das ist ade. Jawohl. Prima. Also ade, Leute, miteinander. Servus aus dem Allgäu. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.